Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zur Bilanzpressekonferenz der BUWOG. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. So war das Geschäftsjahr 2016-17 das beste in der Unternehmensgeschichte der BUWOG. In allen drei Säulen unseres Geschäftsbereiches war die Entwicklung positiv. Im Bestandsimmobiliengeschäft konnten wir die Mieterlöse steigern. Im Einzelwohnungsverkauf sind die Durchschnittspreise gestiegen, sodass wir weiterhin stabile Margen von 57% Aufschlag auf den Verkehrswert erwirtschaften konnten. Und auch in der Projektentwicklung ist es besonders gut gelaufen. Die Vorbereitungsarbeiten der letzten Jahre haben sich entsprechend gelohnt. Wir haben eine Pipeline von über 10.000 Wohnungen angesammelt. Und Projekte werden von der BUWOG fleißig weiterentwickelt. Wenn wir da so in die einzelnen Städte schauen, in Wien zum Beispiel in der Seestadt, sind wir gerade mit drei Bauplätzen in Bau gegangen. Darunter ein Turm in erster Reihe Richtung See. Zusätzlich in der breiten Furterstraße unsere Projekte RIVUS, wo wir Miet- und Eigentumswohnungen ins Portfolio bauen, nämlich über 500 Wohnungen. Zusätzlich einen Supermarkt mit einer Schule obendrauf und weiteren Gewerbeflächen. Oder auch die Pfarrwiesengasse im 19. Bezirk, die gerade fertig geworden ist in der ersten Baustufe, wo wir eher im luxuriösen Segment aktiv sind und zu Preisen von über 11.000 Euro die Top-Wohnungen verkaufen konnten. Wenn wir in andere Städte schauen, in Hamburg, das Quartier an den Schulrohrhallen, wo wir in der Widmungsphase sind und dort Miet- und Eigentumswohnungen bauen werden. Aber auch unser größtes Projekt aktuell, das in Bau ist. In Berlin, 52 Grad Nord, in Köpenick, direkt an der Dame, am Wasser, wo wir knapp 1.000 Wohnungen in Baustufen errichten, entsprechend stolz sind. Oder auch in der Europa-City, direkt am Hauptbahnhof in Berlin. Es tut sich also viel bei der Buwoch und das reflektiert sich auch in den Zahlen. Basis für das zukünftige Wachstum ist natürlich, dass die Equity-Story der Gesellschaft auch am Kapitalmarkt adäquat positioniert ist. Ich glaube, wir haben gesehen, durch die Verkäufe der Immo-Finanzanteile, durch die Kapitalerhöhung und on top of it auch nochmal durch die Aktienkurssteigerung, dass hier die Nachfrage nach der Buwoch als Kapitalmarktprodukt sehr, sehr hoch gewesen ist. Unsere Aufgabe ist es nun als Gesamtunternehmen, die Versprechungen, die wir an den Kapitalmarkt gegeben haben, auch zu erfüllen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Die Aktionäre dürfen sich auch über eine entsprechende Dividendenausschüttung freuen. Wir sind mit der Dividendenausschüttung, wenn wir unsere Mittelfristplanung ansehen, die wir jetzt bekannt gegeben haben, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Die Aktienkurssteigerung hat nochmal zusätzlich dazu beigetragen, dass jeder, der in die Buwoch-Aktie investiert hat, auch eine schöne Kursperformance seines Portfolios in der Vergangenheit hinbekommen hat. Insofern sehen wir das als tägliche Aufgabe zu versuchen, auch in Zeiten, wenn sie dann mal schlechter werden sollten. Immer noch das Bestmögliche im Interesse des Aktionärs herauszuholen.